Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Trine. Hier. Hallo. Wie fehlen was? Boink, 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 boink. Kannst du das anheben? Oh ja. Ja, pass. Helden, sucht mich in den höchsten Baumwipfel. In den Witfeln? Wieso in den Witfeln? Wollt ihr nicht zu uns herunterkommen? Nope. Kein Problem, Fräulein. Wir klettern. Ja, pass. Oi. Oh, oh. Müssen wir? Ja, genau. Ich seh nichts. Wasser umleiten, ja. Ah, fuck. Ah, hierher, okay. Ähm. Ja, das war nicht schlecht. Ey, das klappt. Das klappt sogar sehr gut. Windblumen. Wir begehrten man doch nur so einfach. Mein Dach ist normalerweise alles andere als grün. Der braune Daumen. Das macht Spaß mit den Windblumen. Oh. Oh. Ah ja. Oh. Wie kommen wir da ohnehin? Wie kommen wir da ohnehin? Oh, ich sollte mich vielleicht einfach... Ich kann mich doch pendeln lassen, Leute. Ah ja. Ganz vergessen. Da solltest du vom Saal runtergehen. Ja. Ja. Was machst du dem Link zu? Warum hältst du dich? Frag nicht. Ich wollte gerade eine Blume zum Wachstum bringen. Nein. 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 Drabasschen. Nein. Ah ja. Ehm. Okay. 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 Da hinten ist noch etwas glaube ich. Wer ist hoch? Endlich fliegen die Grade. Ja. Und ich halte kurz und qu reserve位. Ja und ich hole euch und kümlich. Hi. Ein Brief. Oh, ich hab's ja jetzt nicht vorgelesen. Ah. Ich hab die ganzen Briefe jetzt nicht vorgelesen, dummerweise. Okay. Der Vogel sprünkt. Was macht ihr? Wir spielen auf der Web, ey. Ähm. Ähm. Spielverderberin. Brauchst du einen Kasten, oder was? Maybe. Dann sag doch mal. Wir müssen irgendwie da hoch. Da oben, da oben ist ein dicken, fetten Tropfen. Ähm. Ich kann das, ich kann damit nichts anfangen jetzt. Geh doch da weg, Cory. Nee, ihr müsst, glaube ich, runter gerade mal ganz kurz. Ich muss schauen, was ich damit machen kann. Nichts. Also, ich kann das so bewegen. Ey. Wow. Und jetzt kannst du eins in die Luft heben. Hallo? Ja, den müsstest du jetzt bewegen. Ich kann den nicht bewegen. Doch, müsste. Könnte ich den davon? Ja, weil du den auch immer an deinen Popo kleben hast. Lass meinen Popo aus dem Spiel. Und lass mich auf den Kasten. Perfekt. Und jetzt? Hallo? Da komm ich nicht vorbei. Okay. Moment. Äh, ich kann hier gar nichts bewegen. Soll ich den hier nochmal durchschneiden? Äh, nee, den... Okay. Kann ich den selber kleben. Kann dir das aber so nicht bewegen, Cora. Was sollst du mir bewegen? Damit du oben drauf kannst. Geh mal da weg, bitte. Ich kann mich auch hinterher hochhangeln. Ja, dann... Warum bist du denn nicht oben? Ich kann mich hinterher hochhangeln. Ich komm hier nicht hoch. Ich konnte doch gerade hier hoch. Da kommt man schon hoch. Geh doch von meinen Gegenständen runter. Geh mal bitte runter da. Aber ich bin doch auch gerade da hochgesprungen. Ja, ich weiß. Cora, geh mal da runter. So. Jetzt sollten wir da alle hoch. Wow. Pff. Oh, verdammt. Ähm. Ich will gar nicht drauf. Ich kann euch das so halten. So ist gut, so ist gut, ja. Und sprung. Ja. Ja. Jetzt. Sehr schön. Ja. hallo unten dicker boller und das unterkugel funktioniert doch keine nichts oder ja oder hier mit ok Jo, jetzt passt's. Hä, ich war doch festgehalten, warum bin ich denn jetzt tot? Das kann ich dir nicht sagen. Seh ich nicht. Ah ja, ein Frimmer. Ich dachte, ich stehe auf dem Seil. So, ich muss sie doch höher machen, sag jetzt. Okay. Okay, passt. Okay, unten stirbt man. Wow, diese Erkenntnis. Oh nee, wir müssen das Wasser hier rüber leiten, Alex. Mhm. I see these. So, Moment. Fließt Wasser auf meinen Fehlseilen und so? Nee, nee. Das müssen wir, glaub ich, mit den Planken hier machen. So. Jo, passt. Nicht ganz, das Ding muss weg. Ja genau. Passt. Sie zwagel hat Luft. Mhm. Niko. Ich brauch ne Kugel. Mektor. Mektor. Mektor, Cora. Oh ja, ja, ja. Ich flotte mich. Äh, oh, äh, ähm. Wir haben's geschafft. Mit einer Planke könnten wir eine Wippe bauen. Wow. Durch das Abschließen eines Sets wurde ein neuer Schlüssel frei. Habt ihr das auch bekommen? Nee. Äh, kann sein, ich hab irgendwas bekommen, aber ich hab's nicht gelesen. Also ich hab gar nichts bekommen. Nein, nein. Äh, wohin mit dem Wasser? Hier rüber. Da, da drüben. Echt so, da, gell? Dahin? Hm. Oder nicht? Nee. Doch, dahin, ja. Ja, gut. Ähm, dann müssen wir da mal runter. Oder ja, ja. Oh, oh. Warte, 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 warte. Huch. Ähm. Perfekt. So, so reicht's. Oh, knapp. Ein Stückchen. Warte, ich kann's noch ein bisschen höher machen. Warte. Jetzt. Ideol. Tjubi. Moment. Und Abflug. Äh. 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 Tschüss. Super, super, super. Ähm. Achtung, ich mach's kaputt. Okay. Alle drauf? Ja. Ja. Warum macht das so komische? Ja, das wackelt so komisch. Ja. Blablablabla. Abla. Abla. Upsi. Oh, Entschuldigung. Ah. Oh, hau den mal weg. Oh. 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 kann... Alter, erst ganz als letztes. Cora, hast du Feentricks gelernt in deinem Menü? Ich kann Gegner auch hochheben, das habe ich schon gelernt. Ah, okay, gut. Okay, gut. Dann jetzt hier noch... Willst du das hochheben, Cora? Konnte ich glaube ich nicht. Ich gucke gerade. Bei mir ist tatsächlich jetzt alles freigeschaltet. Ah ja. Echt jetzt? Jetzt schon? Ja. Ah, gut. Fangen könnte ich nicht, warum? Oben. Kannst du da oben hin? Ja, ja, ja. Ich wollte es gerade. Ja, super. Okay, und jetzt noch das da, ja. Das musst du hochheben. Dankeschön. Genau. Was? Ich brauche noch ein Momentchen. Jetzt ist wieder zu. Ja, ich weiß. Ich habe es ja selber da drunter gemacht. Ähm. Warum ist er eigentlich auch unten auf einmal? Weil ich dir helfen wollte mit einem Kasten. Sehr lieb. Ja, ich bin lieb. Ich mache ein normales Seil. Und jetzt mache ich dort das super, mega... Warum? Lass das doch so. Ja, so. Genau. So. Ja, gut. Geht's auch. So. Warum hatten wir gerade die gleiche Idee? Warum ist der weggegangen, die Planker? Die habe ich aus Versehen weggeschossen. Achso, da vorne. Quatsch. Komm. Äh, warte. Da oben ist noch was. Wie kommen wir da hin? Ich weiß, wie. Das sieht ja cool aus. Wui. Ähm, jetzt kannst du dein Seil dran machen. Du musst auf meine Plattform her. Nee, ich komme nicht. Ja, warte. Jetzt. Nein, ich... Warte mal. Machen wir was mit dem Kasten. Ja. Und wir? Ähm, ja, ihr solltet auch hoch. Hier ist auf jeden Fall eine Menge. Ja. Shit. Ja, kannst du uns ein Seil basteln? Ich mache mich jetzt ein. Ja. Ja. Nein, nicht dieses. Ja. Perfekt. Immer Ansprüche. Ja, wenn... Wer, wenn nicht wir? Eben. Ähm. Wo muss das hin? Schon wieder. Oben. Ah. Wie soll man Wasser nach oben fließen lassen, bitte? Ja, ich kann so halt mal... Mit Wind. Aber den Wind können wir nicht umleiten, oder? Ne, das klappt nicht. Ne, das geht nicht. Ähm, ich wüsste, glaube ich, wie... Sag an. Wie? Kann... Ach so, nein, doch nicht. Doch, kann Cora diese... Cora kann doch diese Planke schweben lassen, oder? Ja. Kann ich mich dann da draufstellen? Ja. Wahrscheinlich, ja, ja. Kannst du ja eine Planke machen. Oh, Entschuldigung. Warum tut er das? Ähm. Ah, das war die... Das war falsch. Ich will's in die Mitte. Ja, ja, ja. Warte. Jo. So. Komme ich jetzt irgendwie da hoch, oder? Ich geh mal kurz weg. Geht's so? Verdammt. Musst du festmachen. Warte mal. Hm. Ah, Mist. Ich kann dich jetzt hier nicht schieben, oder so. Oder doch, warte. Ah, ja. Ich glaub, du brauchst zwei Schilde. Mach mal. Ah, fuck, sorry. Ich bin zu früh. Oh. Och, nö. Falschen Knopf gedrückt. Äh. Ich geh da nicht drauf. Ich will... Der Wind. Der Wind, der Wind. Nee. Das war die Bühne, die Falsche. Ich wollte eigentlich das Schild erscheinen lassen. Das war... Ne. Ich hab einfach die falsche Taste gedrückt. Du kannst es, glaub ich, auch anvisieren, oder? Nee. Ich kann nur das Objekt anvisieren. Ah, okay. Ja, egal. Mach's irgendwo hin. Komm. Echt nervig. Mach's irgendwo hin. An irgendeinem Fall. Ah, ja. Jetzt... Ja, toll. Jetzt hast du das Recht. Okay, Nico. Ja, jetzt geht's. Geh mal... Warte. Ja, ja. Ich wollte gerade... Warte. Jetzt. Ah, ja. 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 Okay. Ja. Moment. Verdammt, nee. Warte. Nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Ja. Nein. Ah. Warte, warte, warte. Jetzt. Irgendwie kriegen wir das hin. Es dauert nur länger. Ja, sehr schön. Perfekt. Okay, nur dafür. Okay. Okay. E. B drücken. Ah. Wie mein Bauch da rumschrabbelt. Zeig mal nochmal. Zeig mal nochmal. Iiii. Äh. Ich bin so erleichtert, dass diese Waldgeister uns helfen wollen. Sobald wir die Baumwipfel erreichen, wird die nette Dame uns verholständigen. Und dann müssen wir ihn wohl den Prinzen einflößen. Und wenn die Alpträume weg sind, wird alles wieder gut. Nee, guck. Und hurra. Hoffen wir nur, dass Silius bis dahin keine neuen Alpträume heraufbeschwirrt. Ist egal. Okay. Einer drauf. Ich wollte gerade aufspringen. Was tust du? Okay. Ja, du stehst halt runter. Das ist halt immer das Problem bei den Dingern. Mhm. 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 Alle drei. Sehr schön. Mhm. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Das muss nämlich hier hin. Okay. Yo. Mhm. Wie geht das? Nee. Bei mir ist ja gerade runtergefallen. Bei mir auch. Nochmal. Okay. Ich kann das halt so lange warte. Nein. Nein. Das ist zu lang. Könnt ihr mal ganz kurz einen Schritt zurück gehen? Weil. Okay. Jetzt. Das ist korrekt. Was machst du denn? Dein Kasten steht im Weg. Ich würde das gerne da vorne dran machen. Nee. An den Kasten reicht ja schon. Würde es lieber da vorne dran machen. Das wäre viel besser. Hat geklappt. Hat geklappt. Was habt ihr für ein Problem? Ich verstehe euch gar nicht. Nein. Nein. Lass das. Das geht gar nicht. Das war gemein. Oh ja. Das geht auch. Ah ja. Sehr gut. Sehr gut. Nicht. Jetzt. Ah. Genau. Siehst du selbst. Höft dich die Frau. Das geht. Oh oh. Oh oh. Aua. Wo ist er? Ah da. Danke. Wie viel haben wir? Oh mir fehlen noch 10 Punkte. Wir brauchen aber nur irgendwas was schwebt. Aber warte mal. Da brauchen wir vielleicht eine Planke eher. Ja. Aber die Planke ist doch voll im Weg. Ist doch was Kleines. Viel besser. Oh okay. Ja toll. Der Einzige der wieder nicht drauf kommt. Könnt mich mal. Ich bleib hier unten. Ah perfekt. Der Nico im Alleingang. Super. Sehr schön. Könnt man vielleicht irgendwas zum dranbinden? Ach nee. Warte mal kurz. Könnt man vielleicht jetzt was zum dranbinden? Jo. Wee. Okay. Perfekt. Hier ist doch mal Wasser. Ja. Jetzt. Okay. Und. Start. 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 Pass. Sure. Kannst du da oben was holen? Ist da irgendwas? Guck grad. Ah ne. Da war schon erst drauf. Ja das war's ja schon. Juhu. Oh das wird jetzt lustig Niko. Oh Gott. Ach Gott ne. Okay. Soll ich die halten? Ne. Niko? Ja? Kannst du hoch schauen? Oder? Okay ich muss dich. Oh. Ich glaube ich muss mich da rechts dran hängen erst mal. Ja ja genau. Das. Das war zu früh. Ne ne ich. Ich brauch die Planke dann nochmal. Ja ich weiß ich weiß. Auf mit dir. Das Problem ist du hast den Ball weggeschossen. Ich kann sobald ich den Ball beschwöre. Jetzt. Und jetzt? Und jetzt den Ball auf die. Genau so halt. Du musst es eigentlich draufstehen ja. Ich kann leider nichts machen. Okay aber ich glaube das war schon so. So. Könnt ihr aufhören euch die ganze Zeit draufzustellen. Danke. Ich muss mich draufstellen. Ja du ja. Aber die Cora. so schaffst du es drauf? Du musstest einen Doppelsprung machen quasi. Jo. Passt. Okay. Jetzt brauche ich. Ach scheiße ich musste ja erstmal das quer machen. Muss nochmal runter. Sorry. Nein. Nein. Ja. Okay. Jetzt drauf. Okay. Ja. Und jetzt bleibe ich da. Oh dieser scheiß Ball. Ja toll jetzt ist es richtig. Da komm ich aber guck nicht. Geh da weg. So was. Oh jetzt habe ich den Flummi beschworen. Aber das Ding hier ist auch nicht schräg. Das ist jetzt gerade. Ja ja ich weiß. Ich will es ja die ganze Zeit anheben. Da jetzt halt. Jetzt springe ich rüber. Und jetzt brauche ich die Kugel. Hoffentlich schießt Cora das Ding gleich kaputt. Okay ich hoffe zu schießen. Okay babe. Ja. Uh. Ding 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 ding. Ist schon passiert. Ist schon passiert. Das Problem ist wenn du nämlich drauf stehst Cora kann ich es nicht drehen. Ich weiß. Mir ist doch so langweilig. Weil ich nichts zu tun habe. Was. Das kann ich mir gar nicht machen. Das geht mir die ganze Zeit so gefühlt. Immer nur Seile und Kästen und so. Ja okay. Kannst du da oben einen Ball beschwören oder so. Ne oder. Ja. 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 Ich brauche jetzt einfach nur einen Kasten nochmal. Ja. Der ist um wieder runter. Achso. Okay. Dann. Gehen sie mal da. Gehen sie mal her. Das dürfte schon reichen. Ja. Für mich aber nicht. Ha 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 ha. Okay. Alles gut. Ne ne. Ich komme nur nicht auf die drei hoch. Das ist ok. Das ist doch eigentlich ganz easy. Echt? Jo. Woran müsst ihr jetzt nur ein Seil machen? Ah. Tatsächlich. Yay! Entschuldigung. Alles gut. Okay, ich geh mal weg. Jo. Okay. Fast. Hallo, Freunde. Okay. Aua. Yay! Jetzt müsstest du irgendwas Neues kennen, Alex. Ich kann drei Käste beschüren. Drei Objekte. Oh, das ist praktisch. Es wird noch schlimmer. Weg da. Geile Scheiß. Yo. Scribren links oder rechts. Eins von beidem. Oha. Unten, Wasser, jetzt. Äh, das klappt so nicht, denn irgendwas blockiert den Weg. Jaja, du musst... Nein, nein, mach mal die Planke weg. Ja, genau. Die muss da drauf, dass es runterfließt, das Wasser. Und denn? Und dann? Musst du da unten jetzt gehen. Und noch ein. Yay! Perfekt. Äh. Okay, jetzt müssen wir runter. Ui, ui, ui. Oh, ist doppelt nicht. Äh, müsste... Ah! Jetzt ausgezaubert. Jetzt. Stopp. Da unten ist irgendwas. Okay. Ah ja. Dankeschön. Äh, äh. Äh, äh. Oopsie. Okay. So. Ja. Mm-hmm. Jaaa. Wow, war das so knapp. Harsch. Aber links? Warte, kann ich da was... Moment. Nico, nein. Perfektor. Danke. Und jetzt? Ich zähle ich nicht, mein Bildschirm ist ganz woanders. Hä? Wir kommen sofort wieder. Ah. Deswegen. Wahrscheinlich. Wie komme ich denn... Ah, ah, ah. Wie komme ich denn hoch zu dem? Ich komme da nicht hoch. Äh. Äh. Da. Hoppala. Okay, und jetzt? Ja, dann. Nein. 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 Ja. Wow. Nico? Nico? Das war knapp. Ich hab fast... Nico? Ja? Du bist tot. Okay. Hast du schon gemerkt? Ja. Oh, jetzt ach. Sehr schön. Äh, was jetzt? Da oben ist irgendwas. Frage noch, wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich ist es von hier. Von hier, glaube ich. Okay, ich komm. Äh, nur die Frage ist, wie bekommen wir das hier ran? Soll ich das mal hochheben? Mhm. Warte, da brauchst du aber noch was. Mhm, mhm, mhm. Nee. Okay. Einer drauf? Ja, Nico. Und? Nein! Boah, puh. Ui. So. So. Wir müssen... Wasser wieder ziehen. Okay. Okay, warte. Du bist das verzauberte Blätterdach auch wahr. Herrschte doch eine unheilschwangere Stimmung in der Luft. Je höher unsere Helden kletterten, desto schwerer und drückender wurde die Luft. Besonders für die diebische Soja. Mhm. das können wir ja so machen dann du magst die eule wir kriegen das irgendwie gemeinsam jetzt kommt aber koras prüfung wir hatten nikos prüfung wir hatten meine prüfung warte mal ich gebe dir mal was runter geht das ist ganz böse drück nach unten nein ja ich wollte ja jetzt geht es ist ja ich muss ja ja ich habe am ganzen körper gänsehaut vielleicht von den ganzen blüten ja das hatte ich vor meinem traum ich auch wenn du nicht drauf springst kann ich auch festhalten wenn ich woanders hätte wo ich hinspringen könnte wird ja nicht 1 wenn du magst ich jetzt ich habe sechs unten gehalten kannst du die rechte planke weg machen und hier eine kiste drauf ich kann auch einfach du kannst ja drei sachen machen stimmt richtig ich bin mal so frei was für ein pinsteres erinnert mich daran wie all die albträume aus den schatten springen wenn princelius in der nähe ist könnt ihr zwei endlich aufhören über albträume zu reden auch wieder ein kampf okay wie schießt man mit dem rechten ja mit dem rechten stick und wir können die eigentlich auch späten machen und die pfeile ab wechselst du mit dem kreuz wir müssen sie glaube ich gerade festmachen ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung oh wow oh wie mach ich denn da weg mit x mit x ah ja ich sehe es gerade ja getroffen getroffen nein man kann sie festbinden wir sollten mit x festbinden ja hui ich bin tot ich bin fast tot wo bist du unten ah ok ich will mich holen danke ah man muss es ihr wegnehmen oder so man musste ihr diese drei symbole die um sie rum geschwommen sind musste man wegnehmen seien seid gegrüßt helden ich werde euren trank vervollständigen er sollte den albtraum wünschen von seinem leiden heilen habt vielen dank fräulein ah wie schön dass wir nicht gegen den armen jungen kämpfen müssen wenn er das zeug getrunken hat ladrill amadeus pontius und soja verfolgten selius mit neuem eifer da sie nun eine chance sahen dem verlorenen prinzen zu helfen wenn der fluch des prinzen gebrochen würde wäre auch die gefahr gebannt gegen ihn kämpfen zu müssen eine aussicht die unsere drei helden sehr erleichterte sie folgten selius spur aus all den alten träumen die er in seinem kielwasser beschworen hatte und fanden sich schließlich auf den verschneiten gipfeln wieder und auf den verschneiten gipfeln sind wir dann beim nächsten mal auf jeden herzlichen dank fürs zuschauen und bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020